hallo und herzlich willkommen bei dead island riptide schnitzel Danke. Das war's. Die Mütter haben sich verabschiedet, um ihre Reise zu verabschieden. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Die, demon! Die, demon! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay 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 Hey Okay 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 Ich habe die marina geschlossen, aber die Rode zu Hendersonen wurde aus dem Sturm geöffnet. So, I need to find another way. You know, if you help me, I can help you at some point. There's one brother who might be able to help you. But he's been gone for ages. You don't even know if he's still alive. Shame, too. Because he meant a lot to the people. Saved a lot of souls. He's a missionary, man, like this beautiful. He's not local. But he knows the island like the back of his head. Anyway, when we ran out of food, he went to Vechso from a store not far from him. That whole area was ordered up all year ago. So, like I said, he could be dead. Let's do it. Go look for Marcus. He's the only one who knows another way to end us. Go look for Marcus. Vielen Dank. Töte alle Monstern. Aber den Molotow nicht. Oh mein Gott, wir probieren es mal. Oh, der Große. Ja, ok, das ist nicht die beste Lösung. Einmal springen ins Bancin. Gut. Ähm. Ja, wir fahren mal über. Genau. Ja. 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 Oh mein, von mir drücken. Hier drückt der Richter die Unterne. Oh mein Gott. Oh, vielleicht hat es ja irgendetwas Sprengsatz oder so. Kann ja sein, dass man da einen Mann hat. Der Molotow Cocktail oder so runterschmeißen muss. Moment. Ah, hier haben wir nichts. Hoch. Ja, offenbar muss man die einfach so fighten. Ja, das ist ein bisschen... Kennen Sie schon, Molotow Cocktail, äh... Molotow Cocktail, die geben wir ja nicht. Ja, hier ist runtergeladen von mir. Ja, siehst du? Das ein nach dem anderen machen. Oh Gott. Ja, das ist nicht so gut. Ja, diese sind nicht so gut. Ja, hier sind halt gegründet. Oh Gott. Das ist nicht so ganz leicht. Hier ist ein Schein, ne? Komm her, ich brauche Hilfe, ich muss erst mal die Zombies machen. Hier sind nichts. Wahrscheinlich. Ja, aber wie soll ich denn hier? Da geht er da unten. Oh, Mann. Ja! Ja! zu Da, guck mal. Da, guck mal, guck mal, guck mal. Entschuldigung, bist du Markus? Ah, ja, Markus Villa ist mein Name. Und zu whom do ich meine eternalen Gratitude? Mein Name ist Hsienmei, aber das ist nicht wichtig. Ich habe gesagt, du kennst dich den Weg nach Hendersonen. Henderson, ja, natürlich, ich kennst dich den Weg. Ich habe nur einen Fuss. Diese Dinge? Was haben sie mit dir? Werenst du Angst? Nein, ich bin immun, also ich kann nicht infektiv werden. Das ist, warum ich hier bin. Das ist, warum wir hier sind. Es ist mirmerkbar, nicht wahr? Du bist der einzige, der Sie leben. Nein, es gibt fünf von uns. Wir haben uns in Paradies genommen. Wir haben in Paradies genommen genommen. Paradies? Ja, ich weiß, was das ist. Du bist wirklich ein Geist von den Garten. Ein Geist! Ich habe Angst, dass ich dich noch ein Ding versuche, aber... Nur noch ein Ding. Meine Flöcke werden überleben, weil sie Gottes Gott sind. Man kann uns nichts tun. Nun, es gibt einen Ort, wo wir die Verhütung haben. Aber es ist überrascht und infectiert. Bringt sie mir an, und ich werde dir sagen, wie wir nach Henderson kommen. Ich versuche es. Geh, bringe mir die gute Sachen. Geh, geh die Dinge! Herzschrei geben. Ok. Oh, und, das paintige. 2013 ist ein Erinnerung. Verme Pedigek. Hatte sie metabolic Zettel sind nun noch nicht mehr. Starne! Van Jones Stück! Wie alles? clameste, dann Rat Nicki! Okay. 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 Maybe there's something in here. Okay. 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 Somebody help me! Okay. Good. Okay. 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 Oh, let's take a look. Da. Okay. Oh, man. Ah! Oh! Oh, 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 oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh Dann würde ich mal sagen, ne, wir gehen jetzt noch hin. Das liefern wir noch ab. Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Yeah, yeah. Oh, good. I am in a lot of pain. Bring me more, whatever you find. Okay. Hey. My name is Maggie. Oh, good. 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 Ich habe vollstes Verständnis. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Bring me more, bring me more, bring me, bring me more, bring me more. Here are your provisions. Now, tell me what I need to know. So, I need all that machine about her. I need to take this out. Let me take this out and take this out. You are truly a blessed through the doors. Yeah. Mm-hmm. 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 Some of them should be accessible. One of the tunnels will lead you to a highway, then directly... Oh, genau. How? I have maps in my hut, in the jungle, near a village. One of them will show you the way. I thought you lived in Halai. I live to serve the people of Halai. I live to serve the people of Halai. I live to serve to live near the natives. So, let's do it. We have a rich culture and they learn so much. So much hidden knowledge, you see? But I ramble on. It must be an hurry to live. Let's do it. I wish you love my friend. So, now I have all of them here. And... I will say... We are going here to Maggie. And... I will say... Dear friends, I will show you once again the Machete. No, there is not the Machete. Where is the Machete? Yeah. It is full of blood. I will repair it. We will see you later. See you later. Peace.